Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die unterbrochene Sitzung wieder aufnehmen. Wir kommen nun zur dringlichen Behandlung des selbstständigen Antrages 3540. Da dieser inzwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, übrigt sich eine Verlesung durch die Schriftführung. Ich darf den Herrn Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung recht herzlich begrüßen. Und ich darf dem Abgeordneten Kreiner als Antragsteller zur Begründung des dringlichen Antrages das Wort erteilen. Gemäß § 74a Absatz 5 der Geschäftsordnung darf die Rede 20 Minuten nicht übersteigen.